Dürfen Frauen ihre Wimpern biegen mit einer Wimpernzange? Barakallahu wa wa ta'ala, Wimpernzange, das ist so etwas, was die Frauen hier nehmen und die machen nach oben oder nach unten. Und die machen das aus Schönheitsgrund. Ist das Änderung der Schöpfung? Eigentlich nicht. Da kann man das nicht Änderung der Schöpfung ist, weil das ist genau, wenn du eine Frisur machst. Aber die Frage ist, will sie damit vor den Männern kommen und die will ihre Schönheit zeigen oder ist das zum Beispiel nur für sich zu Hause, für ihren Mann? Das ist die Frage. Und will sie diese Wimpern haben, weil sie die Absicht hat, meine Wimpern magisch nicht und die sind nicht schön. Und deshalb möchte ich die Schöpfung ändern oder nicht? Ist es Schöpfung, Änderung? Eigentlich nicht. Deshalb, Barakallahu wa ta'ala, wenn sie das nicht nach draußen damit geht und wenn das nur für ihren Mann ist, dann kein Problem.